Es ist ein Maskenball, man verbirgt seine Identität. Du kannst dein Gesicht verstecken. Wer ist das? Aber nicht deine wahren Gefühle. Was tut Nate da? Ximena, ich will dich immer noch. Danach, sie waren Rivalinnen. Du hast mir meine Rolle gestohlen. Du hättest nicht mit Tai schlafen müssen. Jetzt werden sie zu Feindinnen. Adriana hat womöglich ein Drogenproblem. Ich weiß nicht auf was du wachst, aber sicher auf mehr als nur Hustensachen. Gossip Girl und 90210. Samstag ab 16.10 Uhr, Raum 7.